...dame oben in der Mitte. Heute ist sie eine der interessantesten und eigenwilligsten Frauen der volkstümlichen Musikszene. Herzlich willkommen zwischen gestern und morgen. Hier ist Bianca. Zwischen gestern und morgen, da liegt deine Zeit. Wie früher, wie später, dein Leben ist heut. Zwischen gestern und morgen, da liegt deine Zeit. Wo du lebst, wo du lachst, wo du liebst. Nur ein Augenblick in der Ewigkeit. Wo du deine Gefühle vergibst. Zwischen gestern und morgen, da ist dein Tag. Wer ins Buch der Erinnerung schreit. Trink seine Sonne, atme sein Licht. Weil das Morgen im Dunkeln noch bleibt. Zwischen gestern und morgen, da geht deine Weg. Vertraue dir, egal was geschieht. Zwischen gestern und morgen, da liegt deine Zeit. Nicht früher, nicht später, dein Leben ist heut. Nicht früher, nicht früher, nicht früher, nicht früher. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Egal was geschieht, zwischen gestern und morgen, da liegt eine Zeit. Nicht früher, nicht später, dein Leben ist heut. Was heißt jetzt? Ja, jetzt bin ich gespannt, was mich erwartet. Ja, ich bin ja auch gespannt, wie du reagierst. Du hast im letzten Sommer ein neues Hobby entdeckt, Bianca. Muss ich jetzt mal kurz überlegen? Ja, du hast die Liebe zum Garten entdeckt. Oh ja, also ich habe mir vorher nie was aus Gartenarbeit und so gemacht und muss eigentlich sagen, dass ich im letzten Sommer da eine ganz große Liebe entdeckt habe. Ich bin frühmorgens schon um sechs Uhr in den Garten gegangen und habe die Wiesen gespritzt und so und das hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich hätte das nie gedacht. Könntest du da noch einen Mann im Garten gebrauchen? Aber immer, Ingo. Nein, vielleicht einen kleineren? Einen kleineren? Ja, wenn er so viel Kraft hat. Magst du eigentlich Gartenzwerge? Ja, also bekanntermaßen sind ja Gartenzwerge Geschmackssache, aber meiner ist es nicht, weil schau mal hier, das ist ein gültiges Los der ARD Fernsehlotterie und damit ist es der einzige Gartenzwerg des Landes, der sich für den guten Zweck engagiert. Und, und Bianca, da muss man mal gucken, der schiebt mit seiner Schubkarre schon mal zwei Millionen durch den Garten, eventuell. Ja, ja, ich darf den dann gar nicht mehr in den Garten stellen, sonst wird er mir womöglich weggenommen werden, ja? Ja. Ich darf mich bei dir ganz herzlich bedanken. Schau mal, was wir hier haben. Weißt du, was das ist? Oh, meine Rosen. Das sind Rosen mit dem wunderschönen Namen Bianca. Eine holländische Rosenzucht. Extra für dich, für deinen Namen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So. Wir kommen...